Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Hat uns jemand geschrieben? Nein. Ähm, was können wir also machen? Das ist natürlich die Frage. Ja, hm, weiß ich auch nicht. Was können wir machen? Sollen wir einfach trainieren gehen? Ja. Oder warte mal, was wir machen können, ist theoretisch. Okay. Die Dritte wieder herstellen. Yeah. Yeah. Okay. Ja. Ich habe nie erwartet, was mit der Mutter mit Futaba würde sich an diese Situation in der Stadt verbinden. Wir können das nicht verlassen. Obwohl dieser Schilder hat das gleiche Kraft als wir, sie schreien die Menschen die Menschen schrecklich. Wenn sie wirklich existieren, wer kann sie stoppen? Nur wir. Das ist interessant. Ahhhh. Da unten rechts. Komm runter, was gibt es? Was? Das da unten rechts gerade stand, war legendär. Hey! Get ready! We're going out for lunch. Just the three of us. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich mit Makoto wieder abhängen kann. Doch. Just come on. It'll be my treat. Not only can Futaba go out now, but your summer break's almost over. We gotta do something. I asked especially for sushi. You better be thankful. This place is supposed to be super delicious, too. Sushi? Take me with you! I didn't get to eat the take out sushi last time, remember? Man. That thing never stops meowing, does it? That thing never stops meowing, does it? At the restaurant? Huh? I do feel sorry for it, though. Well, I guess I don't mind bringing some sushi home. He knows me so well. Let's see. I want some medium fat tuna, fatty tuna, salmon roe, anago, and... Oh, are you going to be able to remember all this? You might want to take notes. So? How is it? Good? Don't wolf it down like that. No one's going to take your food. What did I tell you? Drink some tea. Restroom! Huh? Oh, restrooms. They're that way. What a busy girl. Ah. Back in the day, she, her mother, and I used to go eat out often. This brings back memories. I had completely forgotten about it, too. Hmm. That was close. I thought I was gonna die! Well, time to resume. Hm? You're still going to eat? Uh, I'm all full. I'm throwing in the towel. Which is it? I'm gonna use the restroom and then pay the bill. Check, please. Coming right up! When I got into middle school, my mom and Sojiro took me out to eat sushi to celebrate. That sushi was so good. Today's was pretty good, too. I hope the three of us can come again sometime. When should we do this again? I wish she could have had today's sushi, too. I want to find out what happened to mom. I won't forgive the guy who triggered her mental shutdown. So, you better help me out. 120,000 yen? You're joking, right? Looks like we won't be getting sushi to go. I don't want to find out. Welcome home! I've been waiting for you! Wait, where's my sushi? Where's my fatty tuna? Where's my inago? Where's my inago? The sushi was so good, we have, we have sogar den Anteil der Katze gemampft. Wenn Sojiro doch mehr Geld hätte. So that's why. Eigentlich gibt es einen Ort, an den ich lieber gehen möchte. Weißt du, was ich meine? Ich bin nicht überrascht, das meinen die Leute mit Aushaltung im Himmel. Ich will nach Akihabara. Ich will ein Spiel kaufen, aber dann habe ich Angst. Kannst du mir helfen? Du bist ein feiner Kerl. Okay, es ist schon spät, also treffen wir uns einfach dort. Nach dem Ausflug zum Strand weiß ich jetzt, wie man Zug fährt. Ich schaffe es bis dahin. Also, ich warte auf dich. Are we waiting in Akihabara? Is Futaba really going to be okay? We'd better get over there. Auch bekannt als Akihabara ist ein Paradies vor Technik und Otaku Waren. Electric Town, hier gibt es das größte Elektronikgeschäft der Welt. All right. Is this where we're supposed to be meeting? Is she not here? Try checking around. Is she not here? Are you all by yourself? Where did you come from? No. Hey, over there. Did you run away from home? What's wrong, little girl? What's wrong, little girl? That looks bad. What are you gonna do? I would love to see that. Yeah, hurry up! Well, can you come down to the station with me for now? Huh? Who are you? Hey! Do you know this girl? You're not lying, are you? Very well. Futaba? Are you okay? Sorry. I thought I conquered my fears back at the beach. What happened? There wasn't anyone I knew with me, so I panicked. I felt like my heart was gonna pop. I got so scared all by myself. Then I just sort of curled up into a ball. Then all these people started staring at me. And the police came. And then it was all over. Look, Futaba. If you're ever in trouble, just call this guy. Okay. I feel kinda calm when we're this close. You're okay being like this, right? Maybe. Maybe. Couldn't even go buy a game by myself. I'm a failure. Futaba. But I'm okay outside as long as it's with him. Is he some kind of key item? Please, be my key item. I'll try and get better at navigation if you do. I'll try and get better at navigation if you do. For reals? Then it's a deal. What? I love you. I'll try and get faster. I will see you now. I don't know. I have an snails here. I don't know. You can follow himself. I don't know. I don't know. Es ist unmöglich, wenn du einen Hacker gewaltig warst. Wer war das? Ich bin du. Du bist du. Du hast du eine neue Vögel bekommen. Es wird die Wände der Rebellion, die deine Rebellion zerbrechen. Mit der Ermittlung der Hermit-Persona habe ich die Wände der Rebellion, die zu Freiheit und neuen Macht führen. Chance auf Wirken von Kaya oder einem Gruppenheizer beim Kampf. Ich glaube, Futaba kämpft auch gar nicht richtig im Kampf. Ich glaube, sie ist immer nur so ein... Also sie hilft halt immer mal, aber ich glaube, sie ist nicht im Kampf dabei. Also nicht eines der Gruppenmitglieder. Glaube ich mal. Damit habe ich das so gesehen. Weren't you balling your eyes out just a second ago? Yeah, but I have my key item now. Victory conditions met. Come on, let's roll. Welcome home. Where were you two? Akihabara. What? That's incredible, Futaba. I... I guess. I just hope you can keep that up. Maybe you'll even be able to go to high school someday. Yeah. Well, well, that's enough of that. I bet you're exhausted after dealing with all those people, huh? Let's get you to bed. Hey, we're gonna head back. Soji und Futaba gingen nach Hause. Wow, diese Beliebtheitswerte sind irre, schon über 60%. Ach, jetzt werde ich ja ganz rot. Ich rede nicht von dir. Nein, das liegt definitiv darin, dass Futaba Matcha zum Schwein gebracht hat. Ist das zu glauben? Echt beängstigen, was da abgeht. Oder das ist ungefähr die perfekte Motivation. Jedersatz riesige Erwartungen in die Phantomdeber erfüllen wir sie. Und obendrein hat dieser Fall etwas Wichtiges ins Rampenlicht gerückt. Die sind Verbrecher, meinst du? Naja, wir können doch fast sicher sein, dass er hinter den metallen Infarkten steckt. Dieser Kerl hat meine Mutter getötet. Wir können ihn nicht in Ruhe lassen. Reden wir morgen in der Schule darüber. Wie, da fängt jetzt schon die Schule an? Kein Sushi mehr, wir wurden von Futaba rumgeschleppt. Was ein anstrengender Tag. Ja. Die Phantomdeber sind wahnsinnig beliebt geworden. Es treiben sich auch haufenweise Leute im Forum rum. Jedenfalls habe ich überlegt, wie wir diese neue Popularität nutzen können. Und ich habe entschieden, ein neues Feature auf der Website einzubauen. Das klingt langweilig. Neugierig? Die Wünsche der Leute werden direkt zu euch geschickt. Ihr werdet begeistert sein, ab morgen läuft das Ding. Unglaublich, dass ihr auch jetzt aus Japan weg muss. Weißt du gar nicht, wir fahren bald aufs Schulausflug. Jedenfalls kannst du dich auf das neue Feature freuen. Das hört sich jetzt total cool. Wie bitte? Ah, echt? Schulreise? Da habe ich noch gar nichts davon gehört. Gut. Oh, willst du es tun? Das sind mir jetzt aber neue Nachrichten. Ja! Ja! Nice! Nice! Nice going! Alright! Well then! Well then! Entste dich, inmate! Mein Master will mit dir ein Wort. Es scheint, dass du ein Konkret mit einem anderen neuen Alli hast. Dieser ist der Verkauf von ziemlich unterschiedlichem Kraft. Es wird dir helfen, dich alle zu weiteren Höhen als Themes. Nehmt dich nicht. Du bist städig auf die Realisation von deinem Ziel. Das ist nicht notwendig, aber ich werde es erhöhen, Mit dein Persona-Vorrat auf 12 Plätze. Warte mal, wenn wir wieder Schule haben, dann kann ich mich sogar viel besser mit Makoto treffen. Okay. Der Ministerpräsident hat eine Presse-Konferenz in seiner öffentlichen Residenz zu beantworten, um das Problem zu beantworten. Der Regierung hat die aktuellen Räume des Groups genannt, die Phantom Thieves. Wir sind aktuell mit der Polizei verabschieden, und wir wollen es mit dem in Appropriate. Auch die Ministerpräsidenten sprechen über die Phantom Thieves? Sie sind Alliös der Justiz, nach allem. Sie verabschieden, hm? Ich weiß, ob es das ist. Hm, sieht aus, dass wir endlich bemerken sind in den Land. Selbst wenn du deine Ambition hast, du bist cool, hm? Ich glaube, du hast das von mir verloren. Ich finde, wir finden die Begriffe auf diese Begriffe so schnell wie wir können, auch. Und wir versuchen es selbst zu beantworten. Für Futaba, auch. Sie sind zwei wirklich gut zusammen, nicht wahr? Sie werden bald, wenn Sie nicht weitergehen können. Good luck auf Ihren Studenten. Die Begriffe! Die Zeitgruppe mit der größten Vertrauen in die Phantom Thieves sind die Teenagers. Wir haben sogar bekommen, wie die Phantom Thieves alle Studenten sprechen über diese Tage. Sie wissen von ihnen? Sie sind die einzige Sache, die meine Frau spricht mit mir. Sie hat sich verbunden an diese Fan-Site. Ich dachte, es war nur eine Ordinary Webseite. Lassen Sie haben sie eine Pfeilung zu stellen, um zu fragen, wer Sie möchten sehen, haben Sie eine Veränderung von hart. Aufgrund der Veränderung der Menschen, sie hat viele Verteidigungen bekommen. Hm, vielleicht sollte ich wählen für unsere Präsidenten. Veränderung ist hart, damit er erzeugt unsere Geld. Veränderung ist ziemlich gut, nicht wahr? Oh, es ist alles vorbei! Die Phantom Thieves sind großartig! Sie sind vernaht in die Phantom-Liebe. Apropos, warst du in letzter Zeit auf der Fan-Site? Da gibt es jetzt ein paar neue Sachen, wie eine Option für eine Sinneswandel-Rangliste. Ja. 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 Ich denke, das jedes Jahr. Aber ist die Sommer-Vacation zu kurz? Es ist so, wie es immer endet, wenn man eine Leben ohne Schule verwendet hat. Und wieder, ich glaube, wir hatten einige lustige Dinge dieses Jahr. Was? Was? Ja. 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 Das ist das Jahrhundern. Ja. Ich lebte da oben, also es ist nichts so speziell. Hey, wenn es etwas gibt, was wir nicht sicher haben in Englisch, können wir dich über das fragen? Hast du das Forum gesehen? Die haben eine neue Funktion. Ranglisten, hm? Klingt spannend. Man stimmt einfach nur ab, ist das nicht irgendwie sinnlos? Man weiß ja nie, vielleicht schauen sie sich die Ergebnisse an. Ich bin mir sicher, die Phantomen, die wir schaffen, das. Ich glaube, man kriegt echt keine Freetime mehr geschenkt. Gutaba, bist du hier bei dir selbst gekommen? Ich bin zusammen, seit ich aus der Schule kam. Was ein Patronizierer Inari. Well, dann, wir sprechen. Was machen wir jetzt? Wollen wir nach einem anderen großen Target? Das ist auch wichtig, aber was ist das Ville in der Cognitive Welt? Es ist fast sicher, dass diese Person existiert. Was noch mehr, sie verhindern, dass sie mentalverletzt werden. Wir haben sicher nicht ein Blank. Ja, aber wir haben keine Klüven. Aber, wie wir uns jetzt populär sind? Jeder in der Schule spricht über uns. Und nicht ein Tag geht, wenn man es nicht hört, auf TV zu hören. Wir haben totalen, dass wir es großartig gemacht haben, nicht wahr? Das stimmt. Die Ranking auf dem Phantom Aficionado sind auch verrückt. Du meinst das? Huh? Was ist das? Der erste Platz immer wieder auf dem zweiten Platz. Die Leute wählen rund um die Uhr, nachher. Wenn wir nach diesen Leuten gehen, ich bin sicher, dass wir ein großes Geld gewonnen haben, zumindest einmal. Was würdest du für das Geld nutzen? Ich habe nie gehört von einem Phantom Thief, der schwebt Geld. Du bist gut mit dem Futaba? Selbst wenn es mit dem, was passiert mit deinem Mutter ist. Das ist nicht okay. Ich werde definitiv schwebt diesen Mann. Was? Das Culpräte schwebt die Mental Schutze. Wenn man sich daran denken, gibt es kein größer Ziel als das. Wenn wir seine Herz und ihm eine Konfession aussehen können, wären wir wirklich auf der Welt? Dann müssen wir unsere Identitäten zeigen? Oh, ich denke, die Chicks werden uns alle über uns sein. Woah, woah! Du willst uns zeigen unsere Gesichter? Ich denke, das wäre okay. Ich verstehe. Wenn der Verrückte schwebt, dass die Meta-Verse existiert wird, wird es bekannt sein. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir uns im Hintergrund bleiben, in so eine Frage zu stellen. Hey, wir machen das nicht so, dass wir aussehen können. Wir wissen nicht. Es gibt wirklich keine Begriffe über diese Angelegenheiten? Wenn ich richtig richtig bin, war es die Neijima nicht so, war es die Frau der Mehrjährige Neijima zu beschäftigen? Ja. Ja, ich kann mich schreien und fragen, aber sie wird mir einfach sagen, um meine eigene Geschäft zu machen und mich angreifen. Wenn du sie nicht fragst, willst du einfach diese Daten ab? Sie hat eine persönliche Laptop oder was? Nicht sagen, ich kann dir ein Gerät mit meinem besonderen Gimmick auf es. Juste dich das Baby in und es wird den internen Hard Drive verlassen. Es wird sogar überprüfen die OS-Password. Du musst es direkt in ihre Laptop reinigen. Kannst du es tun? Sis bringt sie her Laptop hin, manchmal. Aber ich bin nicht zufrieden, zu gehen. Oh, ist Futaba wieder zu tun? Bist du Angst von sehen, wie deine Frau wirklich fühlt? Nein! Natürlich nicht. Okay, ich mach es. Was? Ich war in einem Tabloid-Magazine? Gut, aber wir sehen uns beim nächsten Mal bei Persona 5 und ciao!